hallo und herzlich willkommen zur allerersten aufnahme auf dem channel der 5 diegel mit dabei ist der arne ja und enrico ist auch da genau und rené ist natürlich auch da morath kann leider momentan nicht auf dem bild in den späteren aufnahmen auch noch irgendwann sehen im moment wie man sehen kann sind wir alle im gleichen team das heißt wir haben gute chancen aber falls ich heute nicht ganz so gut sein sollte das könnte eventuell daran liegen dass ich ungefähr eine monat oder sowas nicht mehr gespielt habe genauso wie ich da haben alle eine kleine pausen ja und ja okay ihr habt ihr jetzt noch zwei verkackt genau so wie ich mache es noch schön so ein kill oder ob es ein panzer hier kann ich auch wenn ich gerade voller stand bin ich kann mich nicht bewegen in der Nähe in der Nähe ich bin noch nicht gestorben ich bin gerade dabei ich fand es aber auch eine ja eigentlich und er hat ich glaube es war da muss ich kurz was legen sicher na auf jeden fall wir haben im übrigen auch feste uploadzeiten da sind zum beispiel weil man könnte ja mal eure uploadzeiten sagen für singleplayer let's place sozusagen also du meinst also von rené jetzt von mir ist es 15.30 Uhr war das glaube ich glaube ja 15.30 Uhr ja ich bin um 16 Uhr immer dran und Enrico ist 18 genau und Arne müsste dann sich um 30 sein sobald ich weiß ja ist das ist das ein Ernst? Wann war Murat? Wann war Murat? Murat war um 15 Uhr aber der wird im übrigen auch länger erstmal nicht können wahrscheinlich erst ab nächstes Jahr dazu kommen da er im Moment nicht am PC kann und naja sind wir halt im Fünferkanal der mit vier Leuten startet vor Ort alter ist auch so wichtig wir haben auch ganz ganz viele andere Spiele die wir zusammenspielen oder auch einzeln die Lieblings als Place könnten wir sonst nochmal sagen aber ich weiß jetzt nicht ob das nötig ist ja warte jup ok mal kurz ich glaub einen braucht er noch äh was könnte man sonst noch so sagen genau ich oh einer ist oben auf dem Dach rechts rechts und einer fliegt hier oben ah ok Leute hat so nen Hack naja was man dazu sagen muss in Battlefield checken ziemlich viele ja 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 viel zu play ja 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 boah also ich kann ehrlich sagen ich zock hier gerade dieses also Plätze für Play for Free nur weil wir alle ein zusammennetzwerk haben wollte und die wollten ja unbedingt sein Spielen, was ich habe. Aber Gott sei Dank, stay for free. Ja genau, also als mehr Spieler machen wir auch noch Skill. Obwohl das wahrscheinlich bei Enrico nicht funktionieren wird. Nicht ganz. Aber werden wir mal gucken. Und auch bei den 790 oder Daisy. Ja. Ja, gucken wir mal. Aber dafür haben wir noch Zeit. Nein, Daisy wird schön krass werden. Der Typ mit einer 6-1er schreibt, dass er ein Hacker ist. Aber wenn er Hacker nicht richtig schreiben kann, dann soll er erstmal in eine Rechtschreibschule gehen. Und dann können wir weiterreden. Ein Hacker ist das. Ein Hacker. Oh ja, er hackt. Er hackt. Er hackt. Ey, die mal, den kenne ich sogar. Ein Bild in Stücke oder was? Oh Gott, so, ich bin hunderlich fallen, okay. Ja. Im Übrigen reden wir gerade auf unserem Teamstick-Server, den wir haben. Eventuell könnten wir auch mal irgendwann andere Leute rauf. Das heißt, wir könnten mit anderen Leuten zusammen reden. Werden wir aber noch gucken. Warte, guck. Alle, alle, stopp. Alle, stopp. Alle, stopp. Der Kaolai-Ki-1, ein Panther, der hat echt einen Hacker. Aber das wissen wir ja mittlerweile alle. Alter, ich brauche. Was hier denn? Alter, Leute. Ach, voll. Moin. Premium KD. Oh ja, so läuft das. So läuft das. Ich habe eine Premium KD, die eigentlich ist die beste aus unserem Team. Na ja, immerhin ein 6-5, ne? Ich meine, kommt schon den KD, das ist, das ist das, ich kann. messer ich bin lustig wenn es nicht so gewesen wäre ich scheiße nicht geklappt so erst ein 1 2 den ersten schon ich habe auch erst ein zu viel weiter auch wenn ich schon mal um die gekümmert das schieße ich noch mal auf eine gleiche bevor sie wieder auf den rücker von hinten also ich finde wir sagen ich würde sagen wir nehmen erst mal b1 mitkommend jetzt nicht mehr auf dem büsten schiff gerade ja was kann passieren mit 10 die sich abspielen und so ein weitergeht ich will ja das ist doch die neuesten als eine fast neuer macht 90 bis aber neuer aber ich mag nur die end sein auf die a3 level 5 das ist natürlich scheiße dass mein kegel klaut hast ein problem viel to play games erfüllen die menschen nicht wirklich so eine ehemütige und mit aggression und selbstmord ich stehe direkt vor den typen der schrothlinkel und dann schießt er mir erst mal einen muskopf ja oder kurz gesagt von der bösewichte voller pädophile michael soll ich doch nicht aber die lektion immer noch im schlimmsten das habe ich auch gemacht und der hat mich gekriegt naja ahne wird auch immer etwas besser von wem werde ich da jetzt gerade angeschlossen im übrigen steht die man um auf dem dach okay ich habe mich dann gar nicht bewegen jemand hatte gerade die leite wo ist der kleine pifo da ja ah ne ist ttl pro king lol ja lol lol wo standen wir überhaupt ich meine fressen man die staubfahrt zieht so extrem ich meine nicht ja wenn man mit dauerfeuer rauf geht dann nach rechts ah cool aber der hessige level 30er freebuyer soll man nicht so gucken unseren hessigen weihnachtsscheiß was ich mir auch holen werde alter ich hab grad nen sniper mit ner schrothlinkel gesniped hab ich gesehen oh den wollte ich gerade messern aber ok ne ich will das der gern mit da hier am steiger oh lol die hat lieber als einer ja die hattest du um er hat sie empfohlen wird für jeden hier eigentlich ist nicht mein richtiger Account sondern nur mein naja und mein Ersatz Account von Arne jetzt geliehen für immer ja für immer geliehen ja da wir nochmal alles deutsch für immer geliehen ich leider für immer ich habe deine Frau für immer geliehen für immer geliehen deutsch ah ok ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ja ok das war jetzt es kommt einer mit dem BTR ach doch warte wir müssen den nochmal einnehmen ja schon wieder alter jetzt habe ich gerade Frame-Inbrüche du ey warte ich bin mit dir ja gerade ein bisschen schlecht Panzer kommt im übrigen da ist er weg hier ja ich ruckel hier gerade durch die Gegend und habe ich noch markiert alter ich habe einen HP der hat mich einmal hoffen glaube ich ja super ja mal eben kurz Baby einnehmen alter bei A ist einer Achtung er guckt jetzt ein ich bin ziemlich offenbar das keine gute Idee ist weil hier ich weiß ich hasse es dass ich hasse es dass in diesem free to play Spiel die die veränderte Schirme nie öffnen naja du musst ein guter Hacker wird hier geschrieben mir doch egal ey er steht direkt vor mir nicht Rene kann hat ein Programm öffnen zum hacken kann ich eigentlich nicht ernsthaft jetzt alle die jetzt zuhören äh ich wollte nicht hacken und ich kann auch nicht hacken ich kann auch nicht ich weiß nicht aber wenn du es erklärst oder den linken hinter dem Video steckst denn also als erstes braucht ihr ein Programm von Mediafire oder so dann öffnet ihr es und muss ihr spiel an hat im übrigen schon mal gehackt und deswegen wurde seine Account gebannt und deswegen ist er jetzt sauer und er versteht gar nicht warum Moment und ich habe einen guten Freude es kommt ein großer Hack mit T90 als ich mir die Wind Tourist geholt habe dann war ich manchmal so gut dass sie mich gebannt haben und weil da manchmal Leute waren von der T4G waren da manchmal ein paar Leute die mich mal aus Spaß an der Freude gebannt haben Spaß an der Freude ja an Spaß an der Freude das ist sowas von das ist sowas von wovon ist ein Panzer im Übrigen PEDOWEA äh PEDOWEA äh PEDOWEA äh PEDOWEA immerhin kann man nochmal dazu sagen dass wir jetzt ungefähr eine Stunde oder sowas gebraucht haben um echt mal zur Aufnahme zu kommen weil wir haben echt Server gesucht wir haben versucht noch Mord hinzuzuholen wir haben eigentlich oh Gott alles mögliche versucht und jetzt hat es so ungefähr mal geklappt ok wie immer ah ok dann ist die Runde auch schon zu Ende ich weiß nicht hängen wir noch eine Runde dran ich weiß jetzt gar nicht mehr wie lange wir schon aufnehmen das habe ich jetzt echt verkennt naja egal dann also wahrscheinlich bis morgen tschüss tschüss